Herzlich Willkommen, mein Name ist Ben. Heute kochen ich eine leckere Paprika-Reis mit linken Seitan. Nicht nur Paprika-Reis. Es ist ein ruhiger Geschmack und ein wunderschöner kruspriger Topping. So, machen wir anfangen. Zuerst kochen ich die Reis. Ein bisschen Öl. Und Paprika geben ich nur Hälfte. Zuerst 2-3 Minuten dünsten. Weiter, Reis dazu, habe ich schon gewaschen. Und Paprika-Puffer. Ein bisschen dünsten und waschen abdösen. Und Lobelblatt. Ein bisschen Thymian. Ein bisschen Sturz. Und Pfeffer. Das Rezept brauche ein bisschen lieber kochen. Vorkornreis brauche 50 Minuten kochen. Und jede Viertelstunde ein bisschen rühren. Inzwischen mache ich eine krusprige linke Seitan. Ein bisschen Öl. Das linke Seitan von Sojana. Das ist ein Schweizer Produkt. Sehr lecker. Mit Zwiebeln und Zwiebeln. Das Paprika dazu. Normalerweise mit Schwarzbohnen. Aber heute in der Supermarkt habe ich es nie gefunden. Mache ich mit Azuki-Bohnen. Und kannst du auch mit welchen Bohnen du gerne. Das gekochtbohnen. Weiter brauche ich ca. 5 Minuten am Braten. Ein bisschen Älöffel flocken. In das Wasser. Und Tamari. Und Tamari Wasser ablösen. Bis das Wasser alle verdammt ist. Und bei Zeit zählen. weiter. Ein bisschen Älöffel. In die Sahne geben. Und das ist rohige Paprika. Das geht jetzt mal wunderbar. Zusammen vermengen mit der Sojasahne. Und das Timur weg. Unter dem Blatt. Das Sahne dazu. Einmal aufkochen. Und abschalten. Mit Decke. Und 20 Minuten lassen. Nachher kann man essen. Einmal aufkochen. Jetzt noch ein bisschen Majoran dazu. Kremig. Würzig. Nur noch knusprige. linken Seiten dazu. Das zusammen ist eine Vielle Pudel. Das Bon Appetit. Also. Wiederholen Zuschauer. Bis alles morgen. Tschüss.